Heute gucken wir uns 10 Seiten an, wo man richtig gute Infos zu Webdesign findet. Also los geht's! Hey Leute und herzlich willkommen zu einem neuen YouTube-Video. Heute geht es, wie gesagt, darum, uns einfach mal ein bisschen zu inspirieren beziehungsweise rauszufinden, was gibt es Neues. Und deswegen werde ich einfach mal 10 Seiten vorstellen, die ich persönlich in meinem Bookmark habe, die ich mir regelmäßig angucke, wo ich fast jeden Artikel lese, das sind einfach Blogs meistens, und mir fast jeden Tag so angucke, was da Neues gibt, einfach um am Ball zu bleiben. Das sind, finde ich, ganz wichtige Punkte. Der ein oder andere wird natürlich diese Seiten kennen, aber mich würde es freuen, wenn ihr einfach unten in die Videobeschreibung beziehungsweise in die Kommentare reinschreibt, was ihr für Seiten anguckt, weil das wäre vielleicht für den einen oder anderen von euch interessant und für mich auch, ob es noch irgendwo andere Seiten gibt, die sehr schön sind, die praktisch sind, die man angucken muss. Auf jeden Fall werden wir damit loslegen, falls ihr Fragen, Probleme oder sowas habt oder einfach über die Seiten diskutieren möchtet. Unten in der Videobeschreibung ganz oben findet ihr einen Link zu Discord. Schaut doch einfach mal vorbei, join the Community Server. Ansonsten, ja, legen wir direkt los. Viel Spaß und auf geht's. So, den Anfang in die zehn Blogs, die ich regelmäßig lese, macht definitiv die Nielsen Group beziehungsweise diese Seite hier. Jedem, der in diese Richtung studiert oder sich mit dem Thema Usability, User Interface Design schon etwas ausgiebiger beschäftigt hat, dem werden vor allem diese beiden Namen, also Don Norman und Jacob Nielsen, ein Begriff sein, die mehr oder weniger teilweise die Begründer sind von dieser ganzen Fachrichtung. Und vor allem, wenn man in die Richtung wissenschaftlich gesehen, also wirklich, man studiert User Interface Design, User Experience Design, Medienkommunikation und solche Geschichten, dann wird man in seinen Bachelor und Master arbeiten und diese Namen eigentlich nicht umzukommen. Und deswegen kann ich nur empfehlen, diese Seite zu lesen, wer in diese Richtung gehen möchte. Vor allem erfassen die halt hier sowas wie die zehn Usability-Richt, also Heuristik und solche Geschichten, wo die sich damit wirklich auseinandersetzen und das Ganze wissenschaftlich mit Stochastik, mit Umfragen, mit Tests und so weiter versuchen zu überprüfen und wissenschaftlich gesehen Unterschiede im Usability-Bereich festzustellen. Und diese Ergebnisse sind häufig auch so gut, dass man wirklich damit argumentieren kann. Wenn jemand sagt, hey, warum hast du das so gemacht? Dann legt man einfach die Studie auf den Tisch und dann hat sich die Sache. Deswegen kann ich nur empfehlen, hier mal vorbeizuschauen. Für alle von euch, die zu einer Universität gehören, also gerade studieren oder ähnliches, diese Gruppe, beziehungsweise auch die beiden Autoren, haben jede Menge Bücher geschrieben. Ich würde empfehlen, diese zu lesen, die sind teilweise wirklich Gold wert. Und in Bachelor und Master arbeiten kommt man eigentlich um die Namen in diesem Bereich nicht um zu. Deswegen nur zu empfehlen, die Nils Norman Group und alles, was die im Prinzip publishen, ist wirklich, wirklich gut. So, weiter geht es nicht direkt mit einem Blog, sondern mit einem Podcast. Und zwar geht es um den Freelance-Designer-Podcast, wo jede Menge Podcasts zu verschiedenen Themen veröffentlicht werden. Auch sowas wie zum Beispiel hier eine Rechtsanwälte im Interview, der ist GVO schnell und einfach erklärt. Oder solche Geschichten, aber auch wie man beispielsweise neue Kunden gewinnt, wie man Business aufbaut und solche Geschichten. Was heißt, das habe ich lange Zeit oder höre es immer noch sehr gerne, wenn ich unterwegs bin. Das ist einfach ganz nett und das sind interessante Themen. Nicht alles davon ist wirklich in Klammern gut. Manches ist auch schon sehr viel Rumgelaber, muss ich sagen. Aber dann sind auch wieder wirklich Gold wert Punkte dabei, wo ich nur empfehlen kann, es zu gucken, beziehungsweise zu hören, nicht zu gucken. Und wenn man unterwegs ist, man sitzt in der Bahn morgens oder sowas, dann sind solche Podcasts wirklich super. Und hier gibt es echt, echt schöne sind dabei, echt interessante. Wenn man als Freiberufler unterwegs ist, kann ich nur empfehlen, auf dieser Seite mal vorbeizuschauen. Aber es gibt auf Spotify, wie ihr seht, sind die alle teilweise auf Spotify und iTunes, auch noch viele, viele andere Podcasts über die Themen Freelance-Design, Freelance-Developer und solche Geschichten. Deswegen kann ich nur empfehlen, auch auf Spotify zum Beispiel einfach mal zu gucken, was für Podcasts es dort gibt. Die sind wirklich gut und nebenher kann man solche Sachen wirklich sehr angenehm hören, finde ich. Und natürlich dürfen in einem Designer-Developer-Blog-Feed natürlich die Google-Seiten nicht fehlen. Und einmal ist es, finde ich, sehr praktisch, Sync with Google. Was heißt, das hier ist eine Seite, da veröffentlicht Google Markteinblicke, wie hier oben auch schon steht. Und zwar Best Practice, Studien, Interviews. Also es gibt im Prinzip alles, was an Start-up in Silicon Valley und rund um die Welt passiert, Google veröffentlicht hier Artikel drüber, aber auch über neue Technologien, irgendwelche Studien, die sie selbst gemacht haben. Also beispielsweise kommt regelmäßig irgendwie eine Nutzerstudie raus, wo die analysieren, wie ihre Dienste genutzt werden, also welche Devices, welche Regionen, welche demografischen Gruppen und so weiter. Sehr interessant, kann ich nur empfehlen und gleichermaßen natürlich auch den Google-Developer-Blog. Diesen kann ich oder könnt ihr euch selbst erklären, warum man den Google-Developer-Blog lesen sollte. Es ist einfach top-notch. Was heißt, das, was Google hier publisht, das ist meistens das, was in einigen Jahren Standard sein wird. Was heißt, man sollte einfach diese Geschichten lesen, sich da fortbilden, am Ball bleiben. Und das bringt eine ganze Menge, wenn man hier einfach liest, was es so Neues gibt, was in Zukunft Neues kommt und vor allem, wie sich das Internet weiterentwickelt, um sich selbst und vor allem seine Dienste, seine Kunden schon in die Richtung zu entwickeln. Wenn ich weiß beispielsweise, dass Google in Studien erfasst hat, dass, ja, jetzt mal ganz abstrakt, der Smartphone-Markt bricht zusammen, dann kann man das für seine zukünftigen Projekte schon mal lernen und gucken, was es Neues gibt, was es für Alternativen gibt. Beispielsweise wurde hier unten letztens relativ viel über Flutter geschrieben. Das wird auch auf diesem Channel noch kommen in Zukunft, aber da muss ich erst selbst deutlich mehr Erfahrung sammeln. Ich baue gerade an einer kleinen Mini-Flutter-App, aber da muss ich, wie gesagt, erst mal ein, zwei Projekte mit umgesetzt haben, bevor ich mich hier an ein Tutorial ran traue. Aber zum Beispiel solche Geschichten werden hier vorgestellt. Deswegen diese beiden Seiten, also Google Developer und ZinkWiz Google, kann ich nur empfehlen und die Links unten in der Videobeschreibung. So neben Google gibt es natürlich noch andere große Seiten, wie zum Beispiel Airbnb. Und Airbnb hat den schönen Beigeschmack im Vergleich zu Facebook oder Twitter, dass die sehr, sehr, sehr viele Artikel und sich in dieser Open-Source-Community beteiligen. Wir haben auch schon mit Airbnb-Tools gearbeitet, wie zum Beispiel diesem SVG-Framework, wo man in After Effects Sachen animiert und dann mit JavaScript darstellen kann, also das ganze Animieren im Web darstellen kann und solche Geschichten. Das kommt alles von Airbnb. Und der Blog von denen ist sehr schön gemacht und es sind teilweise sehr langweilige Artikel, muss man ehrlich sagen. Aber andere sind auch darum wieder Gold, was heißt, ich lese hier bei Weitem nicht alles. Aber manche Artikel sind wirklich schön und vor allem, wenn es um die technischen Seiten geht, wie die irgendwelche Probleme lösen, beschreiben die hier extrem detailliert. Also im Verhältnis zu Facebook oder solchen Geschichten sind die hier viel offener, was das angeht. Und es ist sehr schön, einfach mal in so riesengroße Web-Projekte, interaktive Projekte einzugreifen und da mal zu gucken, was die Leute so machen. Deswegen kann ich nur empfehlen, den Airbnb-Developer-Blog zu abonnieren beziehungsweise dort regelmäßig mal vorbeizuschauen. So, natürlich darf der Award-Blog in dieser Zusammenfassung nicht fehlen. Das ist, Awards ist eine der größten Seiten und eine der inspirierendsten Seiten im Internet, muss ich sagen, für alles, was sich mit Interface und Web-Design und App-Design und so weiter beschäftigt. Und hier werden auf dem Blog meistens ihre, ja, im Prinzip nehmen die ihre Talks oder viele der Talks und stellen die vor in einer geschriebenen Form. Und das ist wirklich schön gemacht, wenn man gerade keine Zeit hat, sich einen 45-Minuten-Talk anzugucken. Aber zum Beispiel der Talk hier von Pablo Stanley kann ich nur empfehlen. Das ist der Lied, oder steht hier sogar, ja, der Design-Lied von Envision, der ein bisschen was erzählt. Dieser Talk hier ist absolut Gold wert, guckt ihn euch an. Aber auch viele andere Artikel hier sind wirklich, wirklich gut. Sie sind häufig etwas länger. Also es ist nicht so, dass ich die mal eben in fünf Minuten durchlese. Die sind meistens dann doch schon irgendwie so 10, 15 Minuten teilweise. Aber ich kann es nur empfehlen. Es macht viel Spaß und es sind vor allem häufig einfach sehr qualitative Artikel von teilweise den Autoren selbst. Also die, die Talks halten, veröffentlichen auch den Artikel. Sonst aber auch teilweise einfach von Awards selbst. Wie hier zum Beispiel steht ja Awards. Die dann einfach das schreiben und meistens das Video noch verlinken und solche Geschichten. Das heißt, schaut hier mal vorbei. Und natürlich, was die meisten von euch kennen, ist natürlich die Standardseite von Awards. Also wenn ihr euch inspirieren lassen wollt, dann geht einfach direkt auf Awards. Und hier findet ihr jede Menge Seiten, jede Menge wahnsinnig coole Projekte, die jenseits von dem Klammernmöglichen ist, was man als kleiner Entwickler meistens bauen kann. So, weiter geht es mit DesignMoto und das ist ähnlich wie Webdesigner Depot und so weiter. Das heißt, so ein komplettes Durcheinander von Artikeln. Ich finde es hier vor allem schön. Die machen nämlich sehr viele von diesen Artikeln hier, wie zum Job 17, Webdesign und UI Trends oder Examples for Best Practice und solche Geschichten. Diese Sachen lese ich und ich mache meistens, ich klicke hier auf Months und lese mir hier die Artikel durch, die halt hier aufgelistet sind. Also die populärsten Beiträge des letzten Monats. Und das finde ich eigentlich ganz interessant. Hier sind manchmal richtig gute Sachen dabei, um sich so Übersichten zu verschaffen, um sich einfach ein bisschen inspirieren zu lassen, was gibt es so Neues. Und deswegen kann ich nur empfehlen, hier ab und zu mal vorbeizuschauen und vielleicht einfach die populärsten Sachen mal zu lesen. So, Envato werden viele von euch kennen. Dort kann man halt Musik kaufen. Also ich beispielsweise nutze es regelmäßig, um die Sound Effects auch für mein Intro beispielsweise und so zu kaufen. Aber hier gibt es auch Icons, Heads, Themes und so weiter. Also wirklich so gut wie alles kann man hier kaufen. Und Envato Toots ist ein Blog, der sich damit beschäftigt, einfach Tipps und Tricks rauszuhauen. Und das Schöne ist, die haben hier sehr häufig Autoren, die man kennt. Also das sind teilweise einfach große Designer von YouTube, die dort einfach mal ein Tutorial veröffentlichen. Aber auch viele Designer, die man kennt, also die haben teilweise sehr qualitative Geschichten. Allerdings veröffentlichen die nicht sonderlich viel. Was heißt, wenn man hier einmal die Woche vorbeischaut und mal liest, was es so Neues gibt, man geht mal die letzten Artikel durch, dann findet man meistens eins, zwei, die einen interessieren. Aber es ist jetzt nicht so, dass hier wie bei Webdesigner Depot irgendwie fünf Dinger pro Tag rausgehauen werden. Sondern die gehen hier deutlich selektierter vor und machen meistens Tutorials oder kleine Artikel zu ganz bestimmten Themen. Aber ich kann nur empfehlen, hier mal vorbeizuschauen, auch wenn man beispielsweise, ich kenne auch viele, die kein Fan von Envato sind. Aber ich muss ehrlich sagen, hier sind schon einige Sachen, wo ich mir auch schon ein paar Sachen abgeschaut habe, beziehungsweise einfach, wo ich was Neues gelernt habe. Deswegen kann ich nur empfehlen, hier mal vorbeizuschauen. Und es ist immerhin wirklich qualitativ hochwertig. So, weiter geht es mit einer Seite, die jedem von euch wahrscheinlich schon mal irgendwo begegnet ist. Und zwar CSS-Tricks. Hier sind jede Menge Artikel über alles Mögliche. Es ist eine wirklich schöne Seite. Also ich habe hier teilweise schon Ideen für eigene Sachen gefunden, wie zum Beispiel das hier. Das finde ich einfach herrlich. Aber es geht eigentlich hauptsächlich darum, dass hier jede Menge CSS-Tipps geschrieben werden. Und teilweise sehr kleine Artikel, wie zum Beispiel sowas hier, das ist jetzt nicht sonderlich lang, aber teilweise auch unfassbar aufwendige Geschichten und richtig coole Tipps, Tricks und auch viele Workarounds für beispielsweise Pure-CSS-Lösungen und solche Geschichten. Also diese Seite ist absolut Gold wert. Und neben dem, dass sie halt einfach, finde ich persönlich, eine der schönsten Blogseiten ist, die es in diesem Bereich gibt, sind die Artikel teilweise sehr, sehr, sehr ausführlich und sehr gut geschrieben. Sofern man Englisch kann natürlich. Für alle, die deutsche Texte suchen, werden auf dieser Seite nicht sonderlich glücklich. Ich glaube, die haben noch nie irgendwas anderes außer Englisch geschrieben. Aber wie gesagt, ich finde diese Seite sehr, sehr praktisch und habe hier auch schon viele Ideen für eigene Tutorials gekriegt oder habe hier auch schon teilweise früher einfach Blogbeiträge umgewandelt oder kombiniert zusammen mit mehreren Blogbeiträgen zu einem Tutorial, was ihr auf meinem YouTube-Shannel gesehen habt. Deswegen, diese Sachen sind teilweise wirklich, wirklich cool und teilweise auch wirklich aufwendig und spannend nachzubauen. Deswegen schaut einfach mal vorbei, guckt euch die Seite an und lasst euch ein bisschen inspirieren. So, weiter geht es mit dem Webdesigner Depot. Und das ist eine Seite, die viele von euch kennen werden. Einfach wegen, ja, man wird regelmäßig darauf verlinkt, wenn man noch irgendwas googelt, ehrlich gesagt. Und das ist richtig cool. Also hier sind viele, viele Bereiche. Man sieht auch hier oben, was die alles machen. Nicht alles hiervon ist wirklich, in Klammern, Gold wert. Also da sind andere Blogs deutlich, deutlich qualitativer. Allerdings sind hier auch viele sehr interessante kleine Geschichten dabei, die man in fünf Minuten durchlesen kann. Oder einfach so Übersichten haben die ganz viel. Also solche Geschichten wie 5 Designer Turnoffs to Avoid oder hier unten Top SEO Plugins for WordPress 2019. Also solche Geschichten kann man lesen. Allerdings sollte man bei diesem Blog, habe ich festgestellt, öfter mal darauf gucken, was genau die schreiben. Weil nicht alles da drauf ist wirklich wahr. Also beispielsweise haben die hier schon regelmäßig Punkte geschrieben, wie die Top 10 Webdesign-Tipps oder Usability-Tipps. Und die widersprechen sich eins zu eins mit Studien von der Norman Group. Und da muss ich ehrlich sagen, vertraue ich lieber wissenschaftlich durchgeführten Studien, als jetzt beispielsweise einen Blogbeitrag von irgendwie 500 Zeichen. Was heißt, man sollte hier ein bisschen gucken, aber es sind auch viele sehr nette kleine Tipps und Tricks dabei. Deswegen schaut einfach mal vorbei. So, den Abschluss macht bei mir der Angular-Blog. Das hat den Grund, dass ich 90 Prozent meiner Projekte und auch die Firmenprojekte alle in Angular habe. Was heißt, ich muss dort aktuell bleiben und ich will dort aktuell bleiben. Deswegen lese ich mir hier eigentlich durch, was Neues kommt. Zum Beispiel hier wurde vorgestern veröffentlicht, dass es eine neue Angular-Version gibt. Und hier wird dann vorgestellt, okay, was gibt es alles Neues, was verändert sich und solche Geschichten. Was heißt, das kann man gut lesen. Allerdings muss man hier sagen, ihr seht hier schon, also der Artikel ist vom 29. Mai, 24. April, 19. März, 9. Februar. Was heißt, die Artikel, die hier veröffentlicht werden, sind jetzt nicht so viel. Was heißt, wenn man hier ab und zu mal vorbeiguckt oder beispielsweise hier ist das auf Metro, also Medium, falls ihr euch das kennt. Und wenn man das hier abonniert, also hier einfach auf den Knopf drückt, dann folgt man dem und man kriegt im Prinzip eine Notification. Also ich kriege da eine E-Mail, wenn die was Neues veröffentlichen, weil wie gesagt, das passiert so unregelmäßig, dass es sich nicht lohnt, hier regelmäßig vorbeizugucken. Aber ich habe die eigentlich alle abonniert. Ich habe auch React und Vue abonniert. Deswegen kann ich nur empfehlen, das einfach mal sich in die Inbox zu hauen, damit man aktuell bleiben kann. Wenn einem das interessiert, wie gesagt, wenn ihr eher React oder Vue verteiligt, dann solltet ihr natürlich deren Developer-Blogs bevorzugen. Allerdings wirklich, wenn ihr mit einem System arbeitet, verfolgt den Developer-Blog von diesem System, also auch bei WordPress oder Typo3 oder was auch immer ihr benutzt. Ihr solltet die Developer-Blogs, die offiziellen Developer-Blogs verfolgen, um einfach über aktuelle Informationen am Ball zu bleiben oder auch teilweise bei den Abstimmungen und solchen Geschichten teilzunehmen. So, das war es schon wieder für diese Woche. Wie gesagt, falls ihr Seiten habt, die ihr gerne teilen wollt, die ihr richtig cool findet, wo neue News zu verschiedenen Themen, UI, UX, natürlich Frontend-Entwicklung, Backend-Entwicklung usw. habt, schreibt sie einfach mal in die Kommentare. Gerne, wenn ihr so eine Liste habt, kopiere ich die alle in die Videobeschreibung rein, die ganzen Links, damit es so eine kleine Sammlung gibt. Ansonsten, ja, wenn euch das Video gefallen hat, hinterlasst einen Daumen hoch oder einen Kommentar unter dem Video. Ansonsten, wenn ihr Fragen, Probleme habt und eine Videobeschreibung, Links zu Twitter, Facebook, Discord natürlich. Oder falls ihr diesen Channel unterstützen möchtet, findet ihr dort auch Amazon Affiliate oder Alpatron. Ansonsten, ja, sehen wir uns nächste Woche wieder. Bis dann, viel Spaß und ciao.